Musik Es ist ein wunderschöner Tag. Maria und Jessica wollen am Abend ins Kino gehen. Beide fangen um 17 Uhr mit den Vorbereitungen an. Musik Maria steht vor ihrem Spiegel und schaut, was sie anzieht. Musik Die Zeit vergeht wie im Fluge. Musik Auch Jessica steht vor ihrem Spiegel und weiß nicht, was sie anzieht. Musik Immer wieder probiert sie was Neues. Musik Eigentlich hat sie was gefunden und sie geht zum Kino. Um 8 Uhr treffen sie sich vor dem Kino. Gemeinsam gehen sie in ein Liebesfilm. Musik 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 Musik